Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video rund um das Thema Wing Chun. Wir schließen jetzt mal die Biufaxau Serie ab mit dem fünften Video, wo wir im Prinzip den Weg von der Handtechnik zur Messeranwendung zeigen. So ganz wichtig ist mir folgendes und zwar, wenn ihr jetzt diese ganzen Techniken seht und ihr trainiert Wing Chun oder auch ihr trainiert kein Wing Chun, müsst ihr euch immer klar machen. Wir führen ja hier Schläge in Richtung Kehlkopf aus bzw. generell Schläge zum Hals und da müsst ihr euch einfach immer klar machen, das ist echt gefährlich. Also wenn ihr da nicht genau abstoppt und ihr schlagt da drauf oder ihr habt eine Selbstverteilungssituation, wo ihr im Rahmen der Notwehr bzw. des Notwehrrechtes agiert, müsst ihr euch immer klar sein, solche Schläge können echt, also wenn man die mit Power ausführt, durchaus tödlich enden. Ihr könnt euch starke Verletzungen im Training zuziehen, also Achtung, ja da könnt ihr jetzt lachen oder nicht, ist mir völlig wurscht, ich will euch nur darauf hinweisen. Was ist das Lernziel dieses Videos bzw. überhaupt dieser Videoserie? Und zwar solltet ihr den Zusammenhang zwischen den Formenbewegungen, Sion Im Tau, Cham Kyu, Biuchi, Mokyang Chong Phat, das ist die Holzpuppe, Sam Sing Chong Phat, Tripodalpuppe, lockt den Pun Quan, das ist der Langstock und Ba Cham Dao als Doppelmesser, wie auch den Handtechnik Kombinationen, die man da aus diesen Formen ziehen kann, dem Qi Sao, dem Lat Sao, dem Hong Kong Lat Sao und den Messerbewegungen bzw. Anwendungen verstehen. Also man kann über alle diese einzelnen Bausteine, sag ich mal, einen Bogen spannen und das habe ich hier in dieser Videoserie versucht, um euch eben zu zeigen, wie man von einer Form bis hin zur Messerbewegung trainieren kann. Ja, viel Spaß. So, jetzt haben wir ja diese Bufak-Bewegung rausgenommen aus der Biuchi, Handtechnik gemacht, Skisor gemacht, Lat Sao gemacht, Hong Kong Lat Sao gemacht und jetzt möchte ich euch natürlich gerne zeigen, wie das in eine Messerbewegung überführt werden kann, denn Wing Chun ist ein Messersystem. So, und ihr kennt natürlich Doppelmesser, die kleinen dünnen aus Alu, die nix wiegen oder diese schwereren aus Stahl, wo man schon wirklich mit dem Unterarm kräftig arbeiten muss, um mit denen entsprechend, sag ich mal, Kraft aufzubauen, aber mit den Dingern rennt natürlich überhaupt gar keiner rum. Ja, überhaupt sind ja Messer im Alltag verboten. Also, das ist schon nett, um zu sehen, was man im Wing Chun mit Messern machen kann, beziehungsweise welche Handbewegungen ähnlich sind wie Messerbewegungen. Ja, das ist mehr so aus einem theoretischen Gesichtspunkt interessant. Geiler wird das Ganze, achso, und übrigens, das sind so Übungsmesser aus Plastik, die wiegen gleich gar nix mehr, aber damit kann ich auch üben, hab aber natürlich das schwere Messer nicht mehr, ist aber nicht so gefährlich, wie wenn ich keine Kontrolle hab und ich hau dem anderen mit so einem Stahlblech an die Birne. Das ist dann nicht so cool, oder Marc? Hast du Bock drauf, ne? So, besser ist es, wenn ihr euch mal überlegt, die Handbewegungen im Wing Chun sind Messerbewegungen, ganz viele. Bong Sao, hier, Schnittbewegung. Fak Sao, horizontal, Schnittbewegung. Na, Chan Sao, Schnittbewegung. Na, Biu Ce Sao, Stich. Faustos, Stich. Na, also, diese ganzen Bewegungen, Garn Sao, ist sozusagen, äh, schneidende Hand, ne? Es ist auch eine Schnitt- oder eine Hackbewegung. Das sind alles Messerbewegungen. So bedeutet, wenn ich jetzt diese, diese Übungsmesser hernehme, müsst ihr euch als erstes mal klar machen, das ist schon jetzt gefährlich, weil wenn ihr mit Federspannung gelernt habt zu arbeiten, und ihr flippt, und ihr flippt mit Messer, könnt ihr dem anderen relativ einfach so ein Messer irgendwo hinstechen, ja, im Zweifelsfall ins Gesicht oder ins Auge. Und dementsprechend machen viele Leute neben kürzere, so Hartplastikmesser, die so eine ganz abgerundete Spitze haben. Damit trainieren, wenn überhaupt, ne? Also, damit mag ich gerne trainieren, weil man sozusagen das Metallmesser gut sehen kann, wohingegen das ja häufig vom T-Shirt so verschwindet, ja, weil wir ja immer geil aussehen wollen, deswegen tragen wir alle schwarz. Oder wir wollen behindert aussehen, tragen wir alle gelb, weil es passt halt zu keiner Hautfarbe, aber, ne, ich nehme halt gern so ein Silbernis. Und, damit kann man eben jetzt sehen, dass diese Handbewegung, schlag mal rechte, ne, wenn ich jetzt vom Hongkong-Latzer ausgehe, müsst ihr euch vorstellen, ich nehme das Messer jetzt hier und lege das an den Arm an und mache Bufak. Ne, so, und jetzt ist die Klinge hier am Arm und schneidet hier oben am Hals. Ne, bedeutet, schlag mal rechte, ne, wehre man nicht ab, ne, hier hoch, wie wenn ich eine rechte Gerade schlage, öffne ich aber jetzt die Hand und schneide am Hals entlang. Ne, so, und das ist genau die Bewegung, Bufak-Sau, mit der Klinge hier, wo ich sozusagen, wehre man nicht ab, wo ich sozusagen mit der ersten Bewegung, hier zum Hals gehe. Ne, drehe ich mal ein Stück. Ne, nochmal. Eins, zwei. Ne, das ist sozusagen meine erste Absicht. Und ihr seht auch, das, was ich jetzt mache, ist nichts mehr wegen Schrittarbeit, sondern eher Doppelmesser-Schrittarbeit mit Gewicht vorne, wo ich eben, warte mal ganz kurz, wo ich eben einen Wechselschritt mache, ne, aus den Doppelmessern. Gewicht ist vorne und ich bewege mich jetzt seitlich raus, ne, gehe offline. Ich habe ja jetzt auch eine Stichwaffe oder ein Messer, ne. Das heißt, offline, ne, und hier nach vorne. Oder offline und nach vorne. Ne, das ist meine erste, erste Intention mit dem Messer. So, wenn er jetzt, sozusagen, die Waffe gar nicht sieht und er will abwehren, ne, dann seht ihr, ich bin mit der Klinge auf der Innenseite. Ne, also genau wie ihr im Latzau hier auf der Innenseite außen, innen, außen, innen, außen, innen, außen, ne. So, und wenn ich Biophaxau mache, schneide ich sozusagen hier an der, an der Pulsader entlang mit dem Messer. Ne, also, Attacke, ne, so, jetzt bin ich schon mal hier. Okay, so, jetzt mache ich es so, raus, ja, und bin hier auf der Seite und jetzt klappt das Messer aus und ich mache Faxau. Ne, jetzt nehme ich mal das andere Messer, weil mir selber irgendwie zu kritisch wird. Ne, also langsam, eins, Schnitt, ich komme nicht weiter, dreh rein, so, und jetzt, guck, wird entladen. Nochmal, eins, ne, jetzt komme ich von hier. So, und das ist die Faxau-Bewegung. Ich schwenke und jetzt kann ich das Messer auf zweierlei Arten und Weisen halten. Einmal logischerweise gestreckt als Armverlängerung, Faxau, oder auf der Rückseite und dann macht das Messer so, ne, also, wenn wir sehen, wir müssen es so, rausklappen, einklappen, rausklappen, ja, genau. So, und dadurch verhindere ich, dass ich mit der Klinge irgendwo dumm einhake, was ich natürlich will an bestimmten Stellen, zeige ich euch gleich, aber eben jetzt hier gerade vermeiden will. Das heißt, eins, durch und jetzt ausklappen. So, ne, dann komme ich von hier. Werte jetzt ab und ich komme hier an, kann ich ziehen und ich ziehe da nicht mehr mit der Hand und mache sozusagen Lapsau oder Hünggottzau, sondern der Hünggottzauarm, der hier, der von der Außenseite kommt und auf die Innenseite geht, wie in der Biuchi, ne, ne, der hier, ne, dann hake ich mit dem Messer ein und ziehe. Das ist der Zirkelschnitt, ne, hier einhaken, ne, das ist das Gleiche hier. Hünggottzau, Zirkelschnitt, ne, Oh, Hünggottzau, alles Messerbewegung. Ne, nochmal, eins, hacken, einhaken, ne, und jetzt hoch. Ne, nochmal drehen. Ne, eins, zwei, drei und jetzt geht's hoch. Vier. Ne, so, und wenn ich jetzt genau die Bewegung machen will, die ich im Lapsau oder im Chisau gemacht habe, ne, also die, na, Chisau, ne, ich gehe hier vor, gehe seitlich raus, stech, komme hier und gehe hier hoch, Chansau, und zieh. Kann ich genauso mit dem Messer machen. Ne, eins, hack, ja, ziehen, Facksau, jetzt gehe ich hier hoch, hoch, und ich hatte ja gesagt in den ersten Videos, anschlagen, strecken. Und das, was ich hier mache, ist sozusagen strecken. und jetzt bin ich hinter dem Kopf. Jetzt mache ich Genickzug und ziehe und das mache ich mit dem Messer. Ne, und, ne, und steche. So, und das, das ist sozusagen die Sequenz, völlig identisch. Ne, und jetzt bin ich hier. Ne, und dann geht's runter. Und das könnt ihr super mit einer Klinge trainieren, aber ihr nehmt natürlich kein Messer mit aus dem Haus. Erstens ist es verboten. Und zweitens muss man immer sagen, ähm, wenn ich eine Waffe mitnehme zu einem Kampf, ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere mir das Messer abnimmt und mich damit absticht, extrem hoch, ja. Weil ihr wollt euch ja eigentlich verteidigen, wollt nicht rausgehen, sozusagen vorsätzlich jemanden abstechen, ne, und seid höchstwahrscheinlich nicht geisteskranke Arschgeigen, die sowas tun. Deswegen solltet ihr kein Messer mitnehmen, ne, aber ihr könntet beliebige andere Gegenstände mitnehmen. Hier, Zollstock, ihr kommt gerade von der Arbeit, trefft euren Chef und da würde euch einer reinschmettern. Oder ihr habt einen Schlagverstärker, ja, ein Abernico oder, äh, äh, ja, halt einen Schlagverstärker, ne, und mit dem kann ich das auch machen. Oder einfach einen Stift, Edding, Kugelschreiber. Und mit den, diesen, diesen Dingern könnt ihr genauso arbeiten, indem ihr einfach eure Waffen begreift, wie, ähm, eine Klinge, ne, und eure Hände führt wie ein Messer. Ne, also das gleiche Ding, jetzt hab ich einen Zollstock, ne, geht hoch, dong, an die Birne, abwehren, ne, und jetzt hoch, ne, oder, oder stechen. Das heißt, mit solchen Schlagverstärker-artigen Geräten, Stift, Edding, ne, ne, kommt denen immer runter die Hand, ne, das ist Facksau, ne, ist halt jetzt mit, mit dem Stift, ne, wer ab, ne, könnt ihr genauso, könnt ihr genauso arbeiten, ne, und, ähm, könnt den anderen ziemlich stark verletzen, beziehungsweise durch diese punktuellen, ähm, äh, schlagverstärkenden Werkzeuge ausschalten, ohne, dass sie gegen das Waffengesetz verstoßt, ne, und deswegen ist es ganz geil zu wissen, wegen Chung, ihr bewegt euch, als hättet ihr die Klinge in der Hand, nehmt aber irgendeinen, irgendeinen Alltagsgegenstand, den ihr halt dabei führt, äh, den ihr, den ihr mit euch führt, weißt du, ja, grüeg, also ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht, das war jetzt Biufaxau, als Handtechnik, mit Partner, im Cisau, im Latzau, im Hongkong Latzau, und als, äh, Messeranwendung, tschüss, bis bald, tschüss. So, was solltet ihr aus dieser Videoserie, beziehungsweise diesem letzten, fünften Video mitnehmen, und zwar gibt es einen didaktischen Weg im Wingchung, und der erstreckt sich von dem Übergang von Formenbewegung zur Handtechnik Partnerübung, das Inhalt des ersten Videos dieser Serie, dann geht es weiter von der Handtechnik Partnerübung zum zyklischen Bewegungsdrill im Cisau, das ist das zweite Video dieser Serie, schließlich transferieren wir den Cisau Drill in eine Partnerübung im Latzau, drittes Video dieser Serie, erweitern die ganze Geschichte im Latzau, als Partnerübung dann im Hongkong Latzau, das ist das vierte Video dieser Serie, und transferieren dann die Hongkong Latzau Übung in eine Messeranwendung, und das ist dieses Video, das fünfte Video und letzte Video dieser Serie. Das ist also der sogenannte didaktische Weg, heißt, alle Formenbewegungen, also Sie nehmen Tau Chum Kibuchi und so weiter, könnt ihr isolieren, und dann als Handtechnik Partnerübung üben, also die Formen sind ja Soloformen, heißt, ihr trainiert die alleine, und das könnt ihr eben dann teilweise, indem ihr die Handtechniken dort rausgreift, mit Partner trainieren, ohne dass ihr jetzt direkt Cisau macht, und große längliche Bewegungsdrills ausführt, das bedeutet, der erste Lernschritt, wenn ihr jetzt mit Wing Chun beginnt, ist immer das Erlernen der Formen, ja viele Leute sagen, ja ach Formen, ja ist so traditionell, und brauche ich das überhaupt, brauche ich Formtraining, ja allerdings brauchst du Formtraining, da will ich jetzt zwar nicht im Detail reinsteigen, aber wer das jetzt nicht begriffen hat, der hat glaube ich gar nichts begriffen, und diese Formen, die nehmen wir eben her, und trainieren die Formenbewegungen, zunächst mal als Handtechnik Kombination mit Partner, na dadurch wird, als erstes schon mal klar, wofür diese merkwürdigen Bewegungen, Handpositionen in den Formen überhaupt da sind, wofür ich die Schrittarbeit ausführe und so weiter, und dann schließlich, nehme ich diese Handtechniken, und baue die ins Cisau ein, das bedeutet, jetzt kommt quasi der Schliff, der Drill, dieses zyklische Drillen, und logischerweise, haben wir hier natürlich, nicht nur eine einzelne Handtechnik, die wir verarbeiten und drillen, sondern wir hängen etliche Handtechniken in sinnvolle, kontinuierlich ausgeführte Bewegungsmuster aus Angriff und Verteidigung zusammen, und das Schöne daran ist eben, dass wir diesen Bewegungsschliff haben, und dabei uns logischerweise an den Konzepten und Prinzipien des Wing Chun Systems orientieren, und dabei Konzepte und Prinzipien direkt einprägen, also Zentrallinien, Theorie, dann die Dreiebenenkontrolle, Kampf- und Kraftprinzipien, und so weiter, und so fort, und das heißt, Cisau ist quasi unser Motor, mit dem wir Bewegungsmuster in den Bewegungsapparat einschleifen, beziehungsweise eindrillen, weil ja viele Leute mal sagen, hey Mann, ey Cisau, das gibt's doch gar nicht im Kampf, also ich hab schon Leute gehabt, die haben mich angerufen, und haben gesagt, ja, ich hab zehn Jahre Wing Chun trainiert, und, ähm, haben dann hinterher gesagt, ja, mein Trainer, der war, äh, immer der Meinung, Cisau ist Quatsch, wir haben nie Cisau gemacht, und ich so, aha, okay, und dachte echt, alter Schwede, das ist ja mal ne Aussage, und dann kamen die Leute ins Training, und haben eben wirklich zehn Jahre irgendwas gemacht, und da, äh, war kein Bewegungsmuster vorhanden, na, also nichts, was sozusagen reflexartig abläuft, oder, ähm, quasi als Bewegungskette läuft, sondern das war eben so zufallsbasiertes Kloppen, was man natürlich durchaus auch so lernen kann, ohne Cisau, ja, aber dafür muss ich jetzt nicht in Zwing Chun gehen, naja, wie auch immer, der Witz ist ja folgender, ihr habt im Kampf oder in einer Selbstbetreuung, Situation, habt ihr keine Zeit, ne, also erstens scheißt ihr euch in die Hose, zweitens habt ihr, äh, Adrenalinausstoß, und in solchen Situationen jetzt nachzudenken, ne, irgendwer greift euch am Handgelenk, oder fängt an zu schlagen, da möchte ich mal den sehen, der sagt, ah, stopp, ja, in seinem Kopf, und quasi die Zeit anhält, und sagt, so, ha, da kommt der Schwinger, äh, ich drehe mich raus, und dann habt ihr so Matrix-artige Keanu Reeves-Momente, wo er euch so wegbeugt in Zeitlupe, und darüber noch nachdenken, was ihr jetzt als nächstes tut, na, also ja, vielleicht im Film, aber nicht in der Realität, das bedeutet, ihr könnt euch nicht noch willentlich entscheiden, sondern irgendwas muss abgerufen werden, und in solchen Situationen kann man hoffen, dass man, ja, stellt euch mal vor, ihr drillt am Boden im BJJ, oder ihr macht Pratzentraining, macht Schlagkombinationen, oder am Sandsack, und ihr wiederholt, 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 und wiederholt, ohne Ende, permanent Übung, genau in dem Augenblick, macht ihr in allen Kampfsportarten immer das Gleiche, ihr drillt Bewegungsmuster in Bewegungsapparat rein, und nach all meiner Kampfsporterfahrung, die ich ja nur auf, weiß Gott, in den letzten 30 Jahren gesammelt habe, beziehungsweise sammeln durfte, muss ich ganz klar sagen, so viel Kritik man ja in allen Systemen äußern kann, auch an Wing Chun, ist Chisao in einer Sache halt wirklich echt geil, weil man nicht absetzt und neu starten muss, ja, sondern es ist eben ein Non-Stop-Drill-System, und das hat natürlich für dieses Einschleifen von Bewegungsmuster in den Bewegungsapparaten Riesenvorteil, na, anstatt dass ich jetzt sage, okay, ich bin im Jujutsu, oder im Judo, und ich mache jetzt einen Hüftwurf, und dann, bom, geht der Gegner auf den Boden, und dann, ja, stehen wir erstmal wieder auf, das dauert schon mal ein paar Sekunden, greif wieder und zack von vorne, na, dann mache ich vielleicht 10, 20 Hüftwürfel, und dann bin ich auch erledigt, anders im Wing Chun, wo ich eben wirklich non-stop meine Sachen trainiere, so, und das hat eben einen Riesenvorteil, wie auch, wenn ihr zum Beispiel ein Musikinstrument erlernt, und ihr spielt Gitarre, oder Klavier, oder Schlagzeug, und ihr stellt euch euren Metronomen ein, und lasst den im Prinzip auf eine bestimmte Geschwindigkeit klicken, und ihr schaltet euer Gehirn ab, und spielt halt Tonleitern, Tonleitern, oder irgendwelche Läufe, oder irgendwelche Rhythmen, auf dem Schlagzeug, und kommt in diesen Flow-Zustand rein, so dieses Trance-artige Trainieren, wo ihr eben einfach nicht mehr denkt, sondern euch nur noch bewegt, und das ist im Wing Chun, im Qizhou genau das Gleiche, und das ist, wenn man das erstmal erreicht, mit dem richtigen Partner, einfach endgeil, und dann natürlich mit der richtigen Power und Härte, das hat einen Riesenvorteil, und das verlässt man dann natürlich irgendwann wieder, nämlich wenn man beziehungsweise überführt, parallel diese Übung ins Latzau, hier hat man eben diesen Dauerkontakt, und diesen Dauerdrill, der im Qizhou stattfindet, nicht mehr in dieser Art, sondern man hat eben nur noch einen kurzfristigen Kontakt, das ist in der Regel ein Faustoss, und hat dann diesen sogenannten Initialimpuls, im Augenblick der Kollision, die ja nur standardmäßig in Selbstverteilungssituationen, oder generell im Kampf auftritt, und dort muss man eben lernen, diesen Initialimpuls, die Kollision, sag ich mal, zu verarbeiten, und dann eben diese Bewegungsmuster ablaufen zu lassen. Früher hieß es ja immer, Wing Chun fühlt, was der andere macht, und spürt, wo der Druck hingeht, und dann nutze ich die Kraft des Gegners, und richte sie gegen ihn selbst. Ja, ja, also schon richtig. Also ich fühle da schon irgendwas, aber nicht so, wie man das vor Jahrzehnten immer gedacht hat, sondern das, was ich in Wirklichkeit mache, ist, ich spule meine Bewegungsmuster ab, und ich nutze auch, sag ich mal, Täuschungsmanöver, oder ich erzeuge mir bestimmten Druck, um bewusst bestimmte Bewegungsmuster ablaufen zu lassen. Das überführt man eben ins Latzau, und kann dann hier eben mit Initialimpulsen arbeiten. So, jetzt habe ich im Latzau natürlich immer noch eine gewisse Choreografie, wo ich quasi, sag ich mal, permanent Kettenverstöße, als Auslöserübungen im Prinzip hernehme, um meine Bewegungsmuster abspulen zu lassen, und das verlassen wir jetzt im Hongkong Latzau. Das ist eine Latzau-Variante, da haben wir eben diesen kontinuierlichen Schlagabtausch nicht mehr, wie im regulären Latzau, sondern wir befinden uns in einer Schlagdistanz, und mittels eines Angriffs, und beziehungsweise einer Schlagkombination wird eröffnet. Man hat also nicht mehr den einzelnen Angriff oder eine Angriffskombination, man hat also einen Einzelangriff, beziehungsweise eine Angriffskombination, die muss verwertet werden. So, das bedeutet, Hongkong Latzau ist eine deutlich härtere oder direktere Art des Latzau-Trainings, und ich würde sagen, das ist sowas wie eine Art Sparringsvorstufe. Also im Sparring zieht ihr euch am Mundschutz rein, Schienbeinschoner, Handschuhe, und legt los, und das kann man natürlich auch kontrolliert und sinnvoll machen, oder man kann sich halt schon mehr auf die Mütze hauen, und das ist natürlich sehr zufallsbasiert, wo man eben auch sieht, wie bewegt sich der andere, wo sind die Öffnungen in der Deckung, wie kann ich Öffnungen erzeugen, und so weiter. Und Hongkong Latzau sitzt davor, ist immer noch abgesprochen, sag ich mal in Anführungsstrichen, und kann aber hergenommen werden als Vorstufe zum Sparring, bevor man dann ins Sparring einsteigt. Im letzten Lernschritt erfolgt dann der Ringschluss innerhalb des Systems, indem man eben diese waffenlose Bewegungsfolge in eine adäquate Bewegungsfolge mit mindestens einem Messer, beziehungsweise zwei Messern überführt. Das bedeutet, wenn ich das mit Messer ausführen kann, kann ich das natürlich mit alternativem Hieb- oder Stichwaffen ausführen, und diese sollten sich für Stichhack, Schlag, beziehungsweise Schnittbewegung eignen. Das finde ich eben eine, ich sag mal, supergeile Erkenntnis, denn die siebte Form, müsst ihr euch vorstellen, auch historisch betrachtet, die Ba-Cham-Dao, heißt ja übersetzt, beziehungsweise interpretiert, acht Wege der Messer, beziehungsweise acht Schnittrichtungen, die galt und gilt heute immer noch als die wichtigste Form des Systems. Na, also mein Gott, wurde da ein Geschieß gemacht, um diese dummen Messer, Ja, das ist also die geheime Form des Wing Chuns, und dann hingen immer diese zwei Alumesser da über der Holzpuppe, und waren mehr so ein Ausstellungsgegenstand, als dass man jemals damit irgendwen hat trainieren sehen. Na, und häufig, das ist ja auch noch so geil, wussten die Lehrer, die sich das in die Schule reingehängt haben, das waren ja in den großen Organisationen auch häufig erste, zweite, dritte Techniker gerade, und die Doppelmesser hat man eher gelernt auf den siebten Meistergrad und den acht Meistergrad, Doppelmesser Form siebter Meistergrad, Doppelmesser Anwendung achter Meistergrad, ja, wann hat man das mal erreicht? Nach 20, 25 Jahren, voll lächerlich, da war man schon kurz vor Rente. Also, die Techniker gerade hatten überhaupt gar keinen Einblick in die Doppelmesser, und dann haben die natürlich auch noch fett Geld gekostet. Früher 8.000 Mark in großen Organisationen, ja, als hätten die Leute in Dachschaden solche Preise für solche Bewegungen, dazu fordern. Später dann 3.000 Mark, dann 3.000 Euro, 1.500 Euro, also immer noch Mondpreise für die Messer. So, warum sind die aber nichtsdestotrotz hochrelevant für das System? Meiner Meinung nach, weil schlicht sichtbar wird, dass Wing Chun Kung Fu ein Waffensystem ist. Das ist ja eigentlich logisch, wenn man sieht, da gibt es einen Langstock und ein Doppelmesser, ist also ein Waffensystem, aber es ist eben ein Messersystem, und man sieht, wenn man die Waffenlosenbewegungen, beziehungsweise die Waffenbewegungen anschaut, da gibt es massive Analogien, also die Bewegungen ohne Waffe, wie auch die Bewegungen mit Waffe, sind größtenteils identisch. Das sieht man auch in vielen anderen Waffensystemen, wie zum Beispiel Arnis, Eskrimakali, da ist ein wesentlicher Punkt, dass man in wesentlichen Teilen des Systems identische Vorgehensweisen hat, bewaffnet wie unbewaffnet, dass es da also zumindest starke Parallelen gibt. Das ist natürlich auch total sinnvoll, denn man schleift, ob man nur bewaffnet oder unbewaffnet trainiert, gleiche Bewegungsmuster ein. Also man muss nicht wechseln, wenn man jetzt, sag ich mal, keine Waffe hat, im Gegensatz zu, man hat eine Waffe. Die Kernbewegungen sind Waffenbewegungen, und das bedeutet, wenn man die Waffe verliert, oder man hat halt keine Waffe, wechselt man eben nicht das System, also dass ich sage, mit Waffe trainiere ich Wing Chun, ohne Waffe mache ich Judo, und mache dann Würfe, oder ich fange an zu boxen, sondern man bewegt sich schlauerweise innerhalb der Systembewegungen weiter, und imitiert mit den Händen, oder den Armen, waffenartige Bewegungen. Das sieht man eben auch im Eskrimak, wo ich ja den, sag ich mal, didaktischen Weg habe, zunächst trainiere ich mit Stöcken, dann mit Machete, dann mit kurzer Waffe, Messer, und dann Open Hand. Und das heißt, die Hände und Arme werden wie Klingen verstanden, und stechen, hacken, schlagen und schneiden. Und das sieht man eben, gerade in der Beauty, also wenn ich jetzt von Sinemtao-Chamkyo-Chieser-Sektionen komme, die eben sehr faustlastig sind, und grifflastig, dass ich also Laps auf Fauststoß, und Rückhandschläge, und all solche Sachen mache, sobald ich in die Beauty-Sachen übergehe, bin ich eigentlich bei Schnittbewegung, und Stichbewegung, und Hackbewegung, wo der Ellbogen wie eine Klinge verstanden wird, wo die Hand, Außen, Hand, Innenkanten wie Klingen verstanden werden, wo die Finger, wie im Prinzip die Spitze des Messers verstanden wird, und gestochen wird, und so weiter. Und ich verwende eben meine Hände und Arme wie Klingen. Und das Interessante daran ist, selbst wenn ich jetzt kein Messer zur Verfügung habe, also ich würde sowieso davon abraten, mit dem Messer aus dem Haus zu gehen. Es gibt ja immer den Spruch, nimm keine Waffe mit zum Kampf. Es kann durchaus sein, dass du damit dann dem Gegner deine Waffe mitbringst, und der dich hinter mit deinem eigenen Messer absticht. Also du kannst x-beliebige Gegenstände hernehmen, und die exakt so instrumentalisieren, wie ein Messer. Du nimmst einen Stift, ja, Bleistift, Kugelschreiber, was auch immer, einen Zollstock, oder irgendeine Art von Schlagverstärker, kann man sich immer merken, jeder längliche Gegenstand lässt sich als Waffe, respektive Klinge, im Wing Chun Sinne begreifen. Also ich kann eben stechen, hacken, schlagen oder schneiden, auch mit anderen Gegenständen. Und kann damit eben meine waffenlosen Wing Chun Bewegung deutlich verstärken. Und das ist eben ein Riesenvorteil. Und ich persönlich, nachdem ich das erstmal begriffen habe, habe gemerkt, meine ganzen Wing Chun Bewegungen verändern sich. Und ja, müsst ihr halt einfach mal ausprobieren. So, wenn ihr jetzt das tatsächlich ausprobiert, und ihr fangt an, sowas zu trainieren, müsst ihr euch immer klar machen, eine Waffe ist deutlich gefährlicher als die Hand, und verlängert natürlich auch die Hand, oder den Arm. Und wenn ihr gerade eben noch auf eine Distanz euch eingestellt habt, zum Gegner unbewaffnet, dann habt ihr jetzt eine größere Reichweite, und auch einen Schlagverstärker, oder im Sinne einer Klinge, eine Spitze. Und sowas kann man natürlich auch ins Auge bekommen, oder gegen den Hals schlagen, oder sonst wohin. Also ihr müsst grundsätzlich Vorsicht und Umsicht im Training walten lassen, vor allen Dingen mit Waffen, wie zum Beispiel Messern. Es gibt Schutzbrillen, es gibt stumpfe Messer, wo die Klinge stumpf ist. Es gibt Messer aus Plastik. Ihr solltet nie mit spitzen Gegenständen trainieren, oder mit angeschliffenen Messern, mit echter Klinge. Es ist halt einfach zu riskant, und es ist einfach doof. So, damit bin ich am Ende. Wenn ihr wollt, guckt mal auf meine Webseite, www.wingchong-elster.de. Da seht ihr jetzt schon sehr viel Informationen rund um Wingchong. Große Seite, sowohl auf dem Handy, als auch im PC. Wenn ihr wollt, kommt in unser Training, da trainieren wir eben all das, was ich hier berichte, permanent. Wir trainieren immer von halb sieben bis halb zehn, drei Stunden, allerdings immer so in ein Stundenblöcken. Ihr könnt also kommen, halb sieben, oder halb acht, oder halb neun, eine Stunde trainieren, wieder gehen, zu beliebigen Zeiten. Also wir sehen das nicht so eng mit, man muss jetzt drei Stunden da sein, aber wäre natürlich besser, man wird die Zeit komplett nutzen. Guckt auf unseren YouTube-Kanal, wenn ihr andere Videos von uns sehen wollt, oder auf unsere Facebook-Seite, oder auch auf Instagram. Das war Kurt Elsner. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Nutzt die Zeit, trainiert viel, kommt raus, hebt euren Arsch hoch vom Sofa und habt Spaß. In dem Sinn, Leute, alles Gute und bis dann zur nächsten Videoserie. Ciao.